Yo, was geht ab Leute? Wir sind hier bei MyKebab. Ein Dünnerladen aus meiner Hood. Ihr wisst Bescheid, das Video wird gesponsert von MyKebab. Also, wenn ihr aus meiner Hood seid, oder aus meiner Hood seid, kommt hier essen. Peace out, let's go. Lasst die Spiele beginnen. Ihr lacht mich schon durchhängen, Alter. Bruder, ich weiß nicht, was abgeht, ne? Aber ich hab das alles verpennt. Die Uni fängt jetzt an. Uni, Junge, Uni. Und ich hab nicht mal Praktikum. Ja, aber die Schule macht dich kaputt, ich hab mir jetzt nur zwei Monate. Ich hab früh genug gesucht, die Versicherung hat mich angenommen. Für Hauptschule brauchst du Praktikum. Hey, Bruder, ich studier jetzt auch. Ach so, labber, ich hatte mal Hauptschule am Schluss. Nein, Bruder, ich studier jetzt auch. Ich hab's eigentlich auch geschafft nach tausend Jahren, aber... Was willst du jetzt machen? Ja, ich hole ein Rat von dir, du findest mich doch halt hier. Gib mir ein Rat. Du musst mich für jemand anderes treffen, Alter. Ja, ich glaube, dein neuer Dünnerladen hat aufgemacht, um die Ecke. Und der, meinst du, der gibt's? Vielleicht, ja. Wegen Netzen hatten viele Kunden. Danach hat der Chef rumgeschrieben, meinte der so, ich brauche neue Leute und so. Kannst du arbeiten? Natürlich kann ich arbeiten. Ja, okay. Weißt du, wenn ich jetzt hingehe, dann denke ich, ich hoffe einfach mal. Easy, direkt. Ich geb dir Bescheid, wenn ich komm hab oder nicht, weißt du? Nein, komm direkt mit, komm direkt mit. Hast du den Laden, ja? Der hier? Ja, ja. Ja, Bruder, ich versuch einfach, ja? Ja, Bruder, ich versuch einfach, ja? Danke schön, danke, Bruder. Hallo. Hallo. Und zwar, hab ich eine Frage? Ja. Brauchen Sie noch Praktikanten? Ja. Ja. Echt? Ja. Das ist geil. Ja. Und, äh, wann könntest du anfangen? Teorsisch, morgen könntest du anfangen. Morgen schon? Morgen schon. Und um 10 Uhr hier sein. Ey, das ist klasse, ehrlich. Ich freu mich schon. Ich bereite mich schon. Sie werden sich bereuen, okay? 10 Uhr. 10 Uhr? Ich bin der Plücklichste, ehrlich. Ich bin der Mensch, der es gibt. Freut mich. Okay, vielen Dank. Wir sehen uns, ja? Wir sehen uns. Ciao. Yo, Bro. Ja, Mann, ey, ich danke dir echt über alles, ja? Oder für alles. Oder ich weiß nicht, wie, aber ich kann jetzt hier nicht danken, Mann. Ich hab ein Praktikum bekommen, Mann. Ehrlich. Die haben mir den gegeben. Ja, ey, Bruder. Die haben gesagt, morgen kann ich anfangen. Morgen um 18 Uhr. 18 Uhr? Nein, 10 Uhr. 10 Uhr soll ich anfangen und, ey, Bruder, ich bin bereit. Ich danke dir über alles, ja? Vielen Dank, Mann. Ich danke dir. Wir sehen uns, ja? Dankeschön. Ciao, Mann. Mensch, wo ist der geblieben? Ey, Bruder, 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 Bruder. Wo war das nochmal, dieser Laden? Bruder, ich bin zu spät, schon eine halbe Stunde, Alter. Sag mal bitte, wo ist der Laden? Ich bin zu spät. Am ersten Tag und zu spät. So läuft das. An der Strasse? Ey, Junge, Junge, ey, geil, schon gut, schon gut, schon gut. Ich hab's gefunden, ich hab's gefunden. Ey, wo warst du? So lange, eine halbe Stunde warst du zu spät hier? Ja, ich kann es erklären. Ja, aber am ersten Tag und so eine halbe Stunde zu spät? Ja, das weiß ich. Darf nicht normal passieren, bitte. Kann ich erklären, warum? Ja, das ist nicht schlimm. Hier, T-Shot anziehen, jetzt anfangen. Okay, alles klar. Es gibt jemanden. Da lang? Ja. Okay. Okay. So, heute ist der erste Tag schon. Ja? Ich zeig's dir wie man Dünner schnappt. Ja, Mann, Dünner schnappt. Schnappt. Sehr schön. Ja, Mann. Immer langsam. Ach so. Immer langsam. Okay, okay, okay. So, ich zeig's dir. So, das ist kalt, das ist händchen. Ja, geil, ja. Ja? Das ist die Maschine dafür, also umentscheidend. Okay. So, wenn du dieses hier drehst, wenn du hier drehst, nach links, es wird kalt. Nach rechts ist dann... Fencher. Genau. Okay? So, den machst du einfach mal aus. Okay. Ne? So, ich zeig's dir wie man jetzt, sag ich mal kalt schneidet. Okay. Man muss immer von oben nach unten. Okay. Und das wichtig ist, muss immer rot, also gebrannt sein. Okay. Also ist ja rot, ne? Ja. Jetzt darfst du zum Beispiel schneiden. So, man macht von oben nach unten. So. Um nach unten. Kannst du jetzt? Ja. Du das. Aber immer langsam, bitte. Okay. Oh, geil, ne? Ja. Immer... Oh mein Gott! Nein, nicht so. Von oben nach unten. So. Ach so, okay. Oh mein Gott! Nein! Nicht so! Nicht so! Nicht so! Weißt du was? Mach Pause. Eine kleine Pause. Danach können wir wieder weitermachen. Aber so früh schon? Ja, okay, easy. Alles klar. Alles mit hinten, ne? Ersten Tag schon, macht der schon Blödsinn. Alles falsch. Das geht nicht. Das geht nicht. Ey, wo bleibt der noch? Ich hab gesagt, es ging ja die Pause. Doch nicht so lange. Seit einer Stunde macht der Pause. Ey, was machst du? Schläfst du auf Toilette? Ähm... Boah, scheiße, warum? Aber... Ich hab gesagt, kurze Pause. Ja. Und nicht auf Toilette schlafen. Was ist so? Ich bin eingeschlafen. Ey, das geht doch gar nicht. Jetzt schnell, aufstehen. Komm. Ich muss aber noch... Ich muss noch... Ich muss noch kackern. Nein! Arbeitzeit! Scheiße, okay. 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 Ey, hast du schon mal Bestellungen aufgenommen? Ja. Natürlich! Ich bin der Beste. Ich war schon bei Zara, bei H&M, überall. Okay, das ist gut. Okay. Wenn sowas, dann machst du ab jetzt nur Bestellungen aufnahmen. Nur Bestellungen? Nur Bestellungen. Alles klar. Okay? Ja, Mann. Ja, Mann. Was geht denn? Seid mal hab ich hier. Ich hab mich kaum. Weißt du, ich hab ein bisschen Cash gehabt. Ja, Mann. Also... Aber kennst du die Leute? Weißt du, meine Mitarbeiter? Ja, Mann. Deswegen. Ja, aber was möchtest du haben? Boah, eine Dönerbox. Ja, aber nur mit Fleisch. Nur mit Fleisch? Ja, ja. Ja, okay. Das sind dann vier Euro. Yo. Okay. 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 Hey, nein. Du darfst nicht probieren. Das sind für Kunden. Oh mein Gott. Ja, aber... Oh mein Gott. Aber wir sehen uns, ne? Cool, siehst du? Ich hab dir gesagt... Lass mal... Lass mich machen. Lass mich... Warum denn nicht? Ich bin nicht. Nein. Das geht einfach. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. So läuft das nicht. Was ist das? Ja, du machst nur alles falsch. Ja, egal. Heute ist die erste Zeit. Du machst nur alles falsch. Wie ist immer alles falsch? Nein, das geht nicht. Das geht einfach nicht. So läuft das nicht. Warum, wie? Was ist das? Egal, okay. Ich gehe in die Kasse. Ja, nur in die Kasse habe ich gesagt. Und nicht von anderen Leuten probieren oder hier irgendwas anpassen. Ich probiere nicht. Ich hab nur gesagt, kassieren. Das ist nur Test, Test. Wenn du ein Auto kommst, musst du auch einfach fahren. Ja. Das ist was anderes. Essen und Autofahren ist was anderes. Ne? Ja, okay, alles klar. Kein Problem. Guck mal. Irgendwas stimmt dir nicht, weißt du? Was? Guck mal, du bist an der Kasse. Ja. Keine Kunden. Weil du an der Kasse bist. Wenn ich an der Kasse bin, kommen mehr Kunden. Warum nicht? Das bringt doch nicht ein Weil. Doch. Warum? Wie, warum? Wenn ich an der Kasse bin, kannst du sehen, da kommen sehr viele Kunden. Guck mal, weißt du was? Mach Pause. Raumapplaus. Guck mal, in 5 Minuten. Alles voll hier. Ja? Ja. Vertraue mir. Okay. Mach Pause. Ja. Okay? Verraue ich dir. Ja, okay, alles klar. Okay. Pass gut hier auf? Ich bin auch. Ja, alles gut. Alles gut. Ja, bestand. Jo. Leute. Guck nach hier, Mann. Ich weiß noch mal. Ehrlich. Leute. Guck, ey. Die neue Dünnerladen. Auf der Grabenstraße. Ganz genau der. timed episode. Es geht hin. 윽 und drühen Shaller, wir edge listened. Alles gut, ey. Abläzyka Ja. Ehrlich, die drühen nós! mondo nu! Jenger für Sie hör sais JSON! Bis dann? Du hast heute sehr gute Arbeit geleistet, und heute bist du immer hier vorne, immer an der Gasse. So, kriegen wir noch was umsonst? Ja natürlich, du darfst alles suchen was du nehmen. Alles? Alles was du nehmen. He he, Party! Ihr habt gesehen, wir haben mit MyKebab zusammen gedreht, und ich danke euch auf jeden Fall Jungs, dass wir hier drehen konnten, hat echt Spaß gemacht. Und ja Leute, wenn ihr Hunger habt, ungelogen, ihr seid aus meiner Stadt, Echweiler, Aachen, checkt MyKebab ab, ich bin immer hier, ich wohne sogar hier in der Nähe, ich zeig nicht wo ich wohne, nein, aber ich wohne in der Nähe hier, und ich bin oft hier. Deswegen Leute, wenn ihr mich mal sehen wollt oder so, oder treffen wollt, spontan, dann seht ihr mich hier in diesem Laden. Also Peace out Leute, wenn ihr Bock auf Kebab habt, oder wenn ihr Bock mich an der Kasse zu sehen habt, kommt nach hier, wir sehen uns, Peace out.